Musik Unsere Familienfirma Halbach & Braun ist bereits schon im Jahr 1920 von meinem Großvater und seinem Freund Halbach gegründet worden. Und Halbach und mein Großvater Braun waren eben die Namensgeber unseres Unternehmens. Ich selber stelle jetzt die dritte Generation unserer Familie dar. Und meine Tochter Diana, die mittlerweile auch im Unternehmen mitarbeitet, ist jetzt die vierte Generation. Und zusammen mit meinem Cousin und seinen Neffen haben wir noch weitere Familienmitglieder, die das Unternehmen weiter nach vorne bringen. Sie kommen ja eher aus dem Untertagebau. Diese Maschine funktioniert aber auch über Tage. Das ist richtig. Unsere Wurzeln liegen im untertägigen Steinkohlenbergbau. Dort haben wir Erfahrungen gesammelt, wie man Maschinen kompakt und leistungsfähig baut. Und wir transportieren jetzt dieses Know-how, diese Erfahrung eben in den übertägigen Bereich hinein. Und wir navalną, diese Mik see, die Hilfe zusammenfass meter und hier privilege. Und wir brauchen ein paar Dinge die Lupe zusammenfassungsbereiche ab. Vielen Dank.